Der Platz von 40x40 kleinen Fältchen auf insgesamt 44 auf 44 Fältchen erweitert wird Und das verspricht natürlich deutlich mehr Platz für die Base Man kann sich andere Ideen überlegen, wie man denn seine Base aufbaut Vielleicht das Ganze alles etwas lockerer gestaltet Und es lässt natürlich einige Spekulationen für Rathaus 11 offen Denn mehr Platz bedeutet natürlich auch, dass der mit was gefüllt werden kann Und ich tippe mal ganz stark, dass da noch eine der Verteidigungen noch dazu kommt Also dass die Verteidigungen nicht nur irgendwelche Upgrades erfahren Sondern dass da vielleicht noch ein vierter X-Bogen zum Beispiel dazu kommt Oder vielleicht sogar auch ein dritter Inferno Tower Auch wenn das Ganze ziemlich, ziemlich, ziemlich schwierig wäre dann Wer sich jetzt fragt, wie denn die ganzen Dekorationen in der Base verteilt werden Das könnt ihr hier bei mir jetzt mal sehen Denn alle Dekorationen, die direkt den Rand berühren oder auf dem Rand drauf sitzen Wie zum Beispiel hier meine Bäume oder dieser eine schöne Zauberkessel Die werden auf dem Rand bleiben und mit dem Rand nach außen gezogen werden Genauso wie zum Beispiel hier mein Halloween-Grabstein, der wird mit nach außen gezogen werden Die anderen Sachen, zum Beispiel dieser Halloween-Kessel und die anderen Halloween-Grabsteine Werden aber dort bleiben, wo sie gerade sind Und zwischen diesen und dem Rand werden praktisch die neuen Plätze mit eingefügt Dann gehen wir weiter zur längeren Angriffszeit Denn die Angriffszeit wurde von drei Minuten auf dreieinhalb Minuten Also um genau eine halbe Minute erweitert Und das hilft natürlich nicht nur den Rathaus-10ern und Rathaus-11ern Sondern auch allen Rathäusern weiter unten Denn sie haben zum Beispiel im Clan-Krieg mehr Zeit Wenn sie mit GoHawk oder mit GoVV angreifen Und ich glaube jeder hatte schon mal einen Angriff Bei dem zwar alle Verteidigungen zerstört worden waren Aber die Zeit einfach nicht mehr gereicht hat Und diese halbe Minute ist da sehr sehr gnädig für alle Angreifer Denn sie haben jetzt größere Chancen auf drei Sterne Da dann doch noch sich mehr zu überlegen Wo sie jetzt noch ihre Bogies hinsetzen, um zwei Sterne zu bekommen Oder eben den Schweinen und Hexen noch mehr Zeit zu geben Um auch noch die letzten Gebäude wegzuräumen Dann noch als kleine Sonderinformation Werden Clan-Kriege ab sofort keine 24 Stunden Vorbereitungszeit mehr haben Sondern nur noch 23 Stunden Was genau das jetzt für eine Intention hat, kann ich leider nicht sagen Aber lassen wir uns das mal auf uns zukommen Und schauen mal, was das denn so groß ändern wird Ich glaube eher nicht so viel Dann möchte ich noch auf die gestrigen Question & Answer Episoden eingehen Die Chief Pat und Galadon mit Jonas, dem Entwickler von Supercell, gehalten haben Und zwar hat Jonas noch ein paar kleine Informationen rausgehauen Was denn noch so kommen wird im Update Und zwar wird es nächste Woche auch Clan-Kriegsbezogene Sneak Peaks noch geben Und Jonas hatte gemeint, dass Clan-Kriege die Zukunft von Clash of Clans sein werden Und das momentan das heißeste Thema in seinem Team ist Und es wird auch nach dem Update noch immer eine große Rolle spielen Und sie werden da weiterhin daran basteln Dann auf die Frage von Galadon hin Ob denn weitere Clan-Vorteile bzw. neue Clan-Level kommen werden Hat Jonas geantwortet, dass Clans momentan auch schon über Level 10 hinaus wachsen können Nur da oben gibt es keine Clan-Vorteile mehr Aber Supercell plant momentan schon Für niedrigere Level neue Perks zu veröffentlichen Auf die Frage hin, ob es neue Einzelspieler-Missionen geben wird Hat Jonas gemeint, dass sie über bessere Wege nachgedacht haben Eine wirklich nachhaltigere Einzelspieler-Missionen-Erfahrung zu kreieren Und sie haben zum Beispiel über Dinge wie spezielle Challenge-Missionen diskutiert Also da können wir uns vielleicht in einem der nächsten Updates dann darauf freuen Und auf die Frage hin, ob es möglich sein wird, Helden während des Clankriegs zu benutzen Wenn sie denn gerade verbessert werden Hat Jonas geantwortet, dass sie das dieses Mal nicht einführen werden Sie suchen aber noch nach anderen Wegen Um Spielern praktisch dieses Erlebnis zu ermöglichen Und falls sie Clan-Turniere in das Spiel einfügen werden Was aber momentan noch ein relativ schwierig zu implementierendes Feature ist Dann würden sie auf jeden Fall gleichzeitig mit implementieren Dass die Spieler in diesen Clan-Turnieren ihre Helden Auch wenn sie gerade verbessert werden Mitverwenden können So, das war es wieder für dieses Update Das neue Sneak Peek dürfte morgen rauskommen Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß Hier auf Mises Clash Channel Das neue Piece Optionen ist